... haben wir unser Ziel erreicht. Also grundsätzlich wollen wir uns ja auch bei politischen Themen möglichst neutral verhalten, also lediglich mal aufzeigen, dass Leute, egal ob sie meinetwegen Steinbrück oder auch Merkel heißen, im Grunde genommen Menschen sind, ja wie du und ich oder noch nicht mal so. Es ist aber okay, also ich meine, der Herr Steinbrück will sie eigentlich auch nicht anders haben, der wirft uns ja eigentlich regelmäßig Futter vor die Füße oder auch ins Fettnäpfchen. Nein, 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 mein Feigling, also Peer Steinbrück tritt prinzipiell in kein Fettnäpfchen. Er spricht ganz einfach nur Klartext. Das meint er. Meint er. Also was läuft denn da gerade eigentlich, sagen wir mal, diese Aktion da, Peer Steinbrück und diese Erotik-Shops? Ja, der Peer wird mal wieder einen Vortrag halten. Jetzt nicht vor einem Erotik-Shop, in einem, oder? Nein, doch, Michael, nein, ja, also gerade das macht ihn ja auch so sympathisch. Weißt du, nicht immer nur vor der deutschen Elite-Vorträge halten, also vor Bankern, Nagelstudios und Änderungsschneidereien, ja, also Herr Steinbrück ist sich dazu nicht zu schade und so sind dieses Mal Erotik-Shops an der Reihe. Ah, B.A. de Ouse? Nee, 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 die Orion-Kette. Aha, das macht aber unseren Peer doch garantiert nicht ohne einen Hindeck. Natürlich nicht, mein Feigling, also dieses Mal will er auf Gags verzichten. Was, auf Gags? Auf Gags, sagen wir mal, auf Gage. Ach, okay. Ja, gut, für ihn sind, ja, was für uns Gags sind, ist hier in die Gage, also will auf Gage verzichten, auch, ja, auf Gastgeschenke, zum Beispiel, wie Rotweine. Ach, soll ich mir jetzt die Erotik-Schuppe-Treiber etwa alte Glühbien mitbringen? Nein, davon hat er doch schon genug in seinem Keller. Nein, dieses Mal bittet Herr Steinbrück um Kondome. Aha, ich dachte, jetzt zieht er sich eigentlich immer aus dem Automaten. Nee, nee, die hat er sich bisher immer über einen Versand bestellt. Ja, da weißt du, durch seine besonderen Kontakte weiß er doch auch, dass jetzt die EU in Kürze den Beschluss fassen will, die Herstellung von Kondomen nur noch in genormter Größe zu erlauben. Ja, und das wird wohl auf die Größe Medium hinauslaufen. Aha, und unser Peer, der benötigt dann die Kondomgröße large? Damit will er sich jetzt noch schnell eindecken? Nein, nein. Hä, was denn? Small. Ja, liebe, liebe Freunde am Radio, also heute in vier Wochen, also wieder samstags sind wir mit einer weiteren Folge von Johnny Skandal und der Feigling hier auf Sendung. Hoffentlich seid ihr wieder dabei. Unser Abschiedslied, wie schon unser Begrüßungslied, ein Titel unserer CD, welche noch nicht veröffentlicht ist. Das dritte, welch ist ja, wie schon unser Begrüßungslied, das ist ja, wie schon unser Begrüßungslied. Und wiederhole ja, wie es schnämpft ist.